Peace Leute, alles klar bei euch? Willkommen zu diesem Team of the Season Pack Opening von der Weekend League. Mit am Start habe ich Savas, der 40-0 rausgehauen hat und Amo, der Elite 1 erreicht hat und ich habe auf der PS4 auch ebenfalls Elite 1 erreicht. Ohne Disconnects wäre so Top 100 auf jeden Fall drin gewesen. Ist natürlich schade, back-to-back wegen Disconnects nicht in die Top 100 zu kommen. Egal, wir haben jetzt insgesamt 5 Team of the Season Packs, 800k-Sets und im Totalen heißt das mindestens 14 Team of the Season Spieler. Auf welchen Spieler habt ihr am meisten Bock? Ich will Nainggolan. Nainggolan, natürlich. Wir haben keine Lust auf Nainggolan. Nainggolan wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil und deswegen würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach mit dem ersten Pack, legen wir los. Hauptsache Belgien, Hauptsache Belgien. Wir sind auf Amos Account, erstes Pack, 100k-Sets, ist kein Workout. Oder Kopf hoch, ja. Hauptsache Belgien oder Belgien? Lukaku, Alter. Hauptsache Belgien, es kommt ein Belgier. So, warte mal. Ich hau das alles in deine, alles in die Dings. Belgien war direkt in der House. Wir sind auch gerade mitten im Livestream. Deswegen wundert euch nicht wegen diesem Overlay. Ist wieder kein Workout, wieder ein 84er. Super-Sitsch. Das kann nur besser werden. Das kann echt nur besser werden. Ey, die wollen Nose-Pack. Mach Nose-Pack. Nose-Pack? Mach Nose-Pack. Ey, mach mal diesen Ventilator bitte aus. Nicht, dass ihr ins Mikro einpustet. Oh! Das ist auf jeden Fall ein Workout, Mann. Oh, es war Argentinien. Ich habe argentinische Flagge gesehen. Dicke Sternschnuppe. Aber nicht Biegler. Nicht Biegler. Oh, komm schon. Stürmer. Oh mein Gott. Oh, Icardi. Alter. Ist die Bälle auch Stürmer oder? Ja, das ist auch Stürmer. Ey, das hätte auch Iguin sein können. Egal, 94er, Icardi. Was ist der Wert? 300k oder so? Und Khedira. Das ist okay, Alter. Guck mal, was der Wert ist. Willst du das zweite Pack auf deiner Karte aufmachen? 300k, das ist okay. Das ist auf jeden Fall okay. Das ist auf jeden Fall okay. 200k, 100, 100 noch was. 500k aus dem Pack, auf jeden Fall stabil. Jetzt komm schon, Alter. Ich catche. Oh, bloß. Nochmal Workout. Ja, da muss ja. Ich habe nicht hingeguckt, Alter. Belgien. Was ist denn? Alexandro. Alexandro wäre stabil, Alter. Alexandro ist geil. Alexandro ist gut, Alter. Aber das ist, was ist der? 92er, ne? 300k oder so was. Aber das ist ein geiler Spieler, Mann. Ohne Spaß. Und Belotti. Okay. Aber egal, du hast... Um die 800.000... Auf jeden Fall 800.000 Coins rausgeholt. Mindestens. Noch in Alexandro, oder? What? Hm? Ist das 290er? Ja, ihr habt doch gesagt. Bro, was sagst du denn, Mann? 800.000 hast du auf jeden Fall saft. Das ist okay. David Ruiz ist dabei. Das ist stabil. Jetzt gehen wir auf meinen Account. So, jetzt sind wir auf meinem Account. Auch Elite 1 erreicht. Ich hatte insgesamt 3 Disponics, ne? Echt? Ja. Und ich hatte sogar noch ein Spiel offen. Ich habe gegen diesen Sayan-Unic verloren. Nein? Gegen Tod... Gegen diesen... Wie war es denn? Tod... Coco. Gegen diesen Toni Coco. Ja, komm an. Bro, ich brauche dickes Pack. So, erstes 100k Pack. Einer von euch macht auch auf meinen Account. Erstes 100k Pack. Wir wollten einen Nose Pack haben, ne? Ja, gleich bei den Tods Packs. Come on, Alter. Ja, Walkout. Ist Walkout? Nein, ist nicht. Okay. Jetzt klinge ich dir das Telefon. Ja. Wart mal kurz. Alles fein, oder? Fahrt alles rein. Alles fein. Okay, das 100k Pack war jetzt nicht so geil. Scheiß, Mann. Geil, Handy runtergefallen. Ist okay. Kein Walkout. Was ist denn hier los, Alter? Aber 83er, Aaron Rumsey. Bei dem war auch kein 100k Pack. Egal, wir nutzen die alle für die SBCs, Mann. Wir machen jetzt das erste Elite Pack auf meinen Account auf. Komm schon, Alter. Walkout, das ist schon mal gut. Ich habe die Flagge nicht gesehen. Ja, Walkout ist immer Walkout. Ja, ich weiß, Bruder. Keine Flagge, Alter. Geku. Oh, Gott, Alter. Aber der 93er, ne? Wenn dahinter so ein Alexandro so ist, ist es okay. Aber bestimmt dieser 86er dahinter. Oh, mein Gott. Das war ein Astro, Mann. Ey, ich habe keinen Luck, Alter. Egal, wenn die mir weiterhin Astro-Spieler geben, habe ich kein Problem damit. Der nächste Pack ist Salah und Nangolan. Okay. Oh, der ist voll in seinem Element. Das dauert lange, Alter. Argentinien. Nein, Biglia. Ey, was ist das für scheiß Perks? Oh, mein Gott. Ne, 88er auch noch. Oh, mein Gott. Kein Glück auf meinem Account. Und Devri. Zwei Astro-Spieler, zwei Lazio-Rum-Spieler. Ey, wenn ich Glück habe, 200.000 draus. Was ist Biglia wert? Bruder, was ist da? Ich kriege mit Glück 250.000 Coins draus. Oh, mein Gott, Alter. Das ist natürlich richtig bitter. Fünfter Platz in der Weekend League. Auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Leistung. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch aus Gutes ziehen, Mann. Ohne Spaß. Auf meinem Account waren die Packs rot. Auf deinem Account waren die gut. Und jetzt haben wir 200.000 Coins, 400k-Sets und ein Big-Pack. Erstes 100k-Sets. Direkt Workout bei dir. Direkt Workout. Ich habe doch gesagt, er kriegt 100k-Sets. Argentinien. Argentinien-Workout. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Alter. Stell dir doch vor Dybala. Biglia. Biglia. Egal, oder? Egal, 100k-Pack. Guck mal, der deckt schon so viel lag wie ich. Okay, der war auch 4-0 erreicht. Ja, war so 100k-Pack, Mann. Bester Platz in der Weekend-League, äh, 9. Oh, 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 oh. Was? Peru. Nein, Dings. Österreich, oder? Alaba. Peru-Workout. Wer ist denn Peru-Workout? Spanien. Spanien. Nee, Österreich, Mann. Österreich. Alaba. Okay. Das heißt, das ist zu viel Workout. Und diese rote Pack wird nichts. Doch, nein. Das ist kein russes Pack. Doch, das ist rot immer noch, ne? Klar, Bruder. Mir gehört doch schon Back-to-Back-Walkout, Alter. Was willst du eigentlich? Ja, wenn jetzt wieder ein Walkout kommt, ne? Ja, schade, Alter. Wo wir da genau hinschauen? Auf meinen Monitor. So, komm schon. Stell dir mal vor, nein, Gulad hat nur 100k-Set, Alter. Oh, schade, Mann. 86er oder sowas? Wird nix, Bruder. Oblak, nein. Diese Leute, die 40-0 haben, Jungs. 87er sogar. Diese Leute, die 40-0 haben, die haben kein Glück. Nose-Pack. Okay, wir machen einen Nose-Pack. Wir machen einen Nose-Pack. Nose-Pack. Komm schon. Das war nix, ne? Ein Gekko, oder was? Wenn jetzt, ey, da war keine Frage, ja. Wenn das Gekko ist... Oha, Gekko. Oh mein Gott. Gekko als Bester. Nee, Koulibaly, Alter. Das ist okay. Koulibaly ist stabil. Aber das ist nur so ein 90er, ne? Ja, das ist stabil, die Karte. Nein, was hat man so noch? 94er. Aber Dybala kann dahinter sein, ne? Ey, sag mal, bist du verblödet, oder bist du blöd? Der hat 95er, oder? 95er. Oder 96er sogar. Meine Fresse, Alter. Alexander noch, Rönnach-Uma. Boah, wieder Wiglian. Wiglian de Vries wieder, Alter. Ey, du hast die besten Packs gehabt. Ich hab die besten Packs gehabt, ja. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Okay, der ist auch 300k, Rönnach-Uma. Ja, ja, aber... Aleksandro auch. Was will ich mal machen? Wir haben 14 Tots-Spieler gezogen. Keine einen einzigen 95er, ne? Das ist so krass, ne? Wir haben keinen 95er gezogen. Wir haben 14 Tots-Spieler, keine einen 95er. Und dann gibt's so, Leute. Die ziehen einfach back-to-back 99er Ronaldo. Dr. Erjano. Ey. Ich weiß nicht, ob ich jetzt glücklich sein soll oder nicht über diese Packs. Bruder, 40-0 hole ich. Aber bei dir auf jeden Fall. Ich bin glücklich. Bruder, ich bin sehr glücklich. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lass dem Video gerne einen Daumen hoch da. Ja, ich bin raus. Wollt ihr noch was sagen? Peace, Leute. Peace, Leute. Daumen hoch lassen. Peace out und ciao. Ciao.